Jakob, wir starten die zweite Halbe der Saison mit drei Wins in drei Spiels, drei clean sheets. Wie bist du mit den Ergebnissen? Ja, das war wirklich wichtig für uns in der zweiten Runde. Es ist besonders das erste Spiel gegen Nürnberg. Wir haben diese nicht guten Spiels außen geschlossen. Und mit diesem Wins ich denke, wir waren ein bisschen entspannt. Und diese Homes-Games mit unseren Fans waren auch wichtig. Wir haben sicherlich gewonnen und es ist wirklich unglaublich. Und wenn man sieht, dass wir mit dem Spiel gegen Nürnberg sehr gut trainiert haben, wir haben viel in der Winterpause für das. Und wir müssen so weitergehen. Ich denke, es ist gut, es wird besser und besser. Ich denke, es gibt noch einige Dinge, die wir verbessern. Aber ich denke, der Prozess ist wirklich gut und wir sind glücklich. Du warst in der KICKER 11 der Woche, die zweite Mal in der Reihe. Wie glücklich bist du? Das ist nicht so wichtig für mich. Ich bin mehr glücklich, dass wir in der Momenten gewinnen können. Und das ist die wichtigste Sache. Und ich denke, wenn wir weitergehen, es werden viele Leute in der Squad, die das 11 oder so machen. Aber ich bin einfach glücklich, dass wir weitergehen. Wir spielen gegen Magdeburg. Wie würdest du sie? Es ist ein wirklich guter Team. Ein wirklich guter Team mit dem Ball. Wir müssen zusammenfassen, als Team, wenn wir defendern. Aber wir müssen auch sehr stolz sein und spielen unsere Spiel in einem wirklich schwierigen Weg. Ich spiele da in meiner ersten Saison in der CUP. Ich weiß, wie schwierig es sein kann, in dieser Arena zu gehen. Aber wir werden wirklich für drei Punkte, wie immer. Du hast eine brillante Statistik. Vier Spiele, vier Wins und du hast sogar zwei Gäste. Ich denke, eine in Wiesbaden und eine in der DFB-Pokale. Für uns. Kannst du das Spiel erinnern? Ja, ich kann es besonders erinnern. Das Spiel gegen Magdeburg gegen den Pokalen. Das war kein einfaches Spiel für uns. Magdeburg hat gezeigt, dass es eine sehr gute Team ist, die sehr gut Fußball spielen. Wir müssen uns sehr gut vorbereiten. Ich denke, es wird ein sehr guter Spiel sein, weil sie auch Fußball spielen wollen. Ich hoffe, es wird ein sehr guter Spiel sein. Was wird am Saturday wichtig sein? Wir bleiben zusammen als Team, dass wir uns helfen. Wir werden natürlich auch Fans da, wie wir immer in den away-Games haben. Wir werden versuchen, die Energie, die wir von ihnen bekommen, und ein sehr guter away-Games machen. Ich denke, es wird ein sehr guter Spiel sein, von beiden Seiten. Aber wir müssen immer, wie immer, und wie wir in den letzten drei Spiel machen machen. Wir sehen uns, was passiert. in den nächsten Mal. Wir sehen uns nach der nächsten Mal. betreuen uns nicht. Wir sehen uns im Nachdenkeits. Was fehlt nicht immer noch?